Hallo zusammen und es geht weiter mit Fortnite. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. In Woche 4, Fortnite Chapter 2, Season 7 und den kosmischen Sommeraufträgen müssen wir unter anderem Gebäude in the Pit bauen. Sobald wir das geschafft haben, bekommen wir 20.000 XP und einen neuen Stil des Iceback Blinks. Für das Bauen der Gebäude gab es 20.000 XP und einen weiteren Stil von Hirnfrost. Den schaue ich mir jetzt schnell nochmal an. So, da ist er. Ja, sieht ganz cool aus. Ich sage danke fürs Zusehen. Tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut!